Hallo zusammen, Aicoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ganz ruhig mal anzunehmen bei Ganjo, in den Grizzlyhügel, an dieser Position, also in diesen Katakomben. Gegen Ende des Videos wird man auch sehen, wo der Eingang hierzu ist. Vor Quest war die Quest, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5, mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Questgebiet ist. Ich bin mir aber sicher, das Video hilft euch auch in Viotelkac lässig. Nun heißt es Schnee der Ewigen, Schlafes und Partikel der Rakavigeister. Den Schnee gibt es gleich hier, in dieser Kiste. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren, würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt müsst ihr diesen Geist anquatschen, den Ganjo, und ihm sagen, ich bin bereit, bla bla bla. Also die Sprechblase hier anklicken. Nun schauen wir ins Inventar, da ist dieser Schnee des Ewigen Schlafes. Den kann man auch in die Leiste ziehen und von da aus benutzen. Nun läuft man hier in dieses Questgebiet und benutzt den Schnee. Ich weiß jetzt nicht, ob man diese Geister anklicken muss, oder nicht, anscheinend. Also Geister anklicken, Schnee benutzen. Schnee hat 15 Sekunden Cooldown. Nun läuft der Geist zu einer Position. Und hier sollten wir gleich was looten können. Diese Mumie. Und da gibt es die Partikel der Dracarigeister. Nächster Geist anklicken, wieder den Schnee benutzen. Und ein bisschen abfarten. Okay. Der läuft dahin. Wieder benutzen. Also looten. Und so geht es immer weiter. Mal schauen, wo der hinläuft. Normalerweise irgendwo dahin, genau, weil hier gibt es keine Mumien mehr. Und sobald sie in Flammen aufgehen, Mumie benutzen. Ich benutze einfach mal hier den Schnee. Ich habe jetzt schon 2 von 5 Partikel. So. Und jetzt noch einmal. Benutze ich einfach bei diesem Geist. Schnee benutzen auf ihn. Abwarten. Und letztes Partikel looten. So. Und jetzt geht es hinaus. Beziehungsweise jetzt geht es zur Questabgabe. Einfach mal sprinten. Ich hätte hier so gut wie nichts, weil ich zu hoch für dieses Gebiet bin. Kann ich aber auch fliegen. Dadurch bin ich wesentlich schneller. Ich überfliege jetzt alles. Ihr seht aber am Boden, wo ihr entlanglaufen müsst. So. Die Quest ist abzugeben bei Kras. In den Grizzly-Hügel. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr mir auch helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniert-Knopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ciao.